Strom könne sehr wohl schmerzfrei töten, doch ausschließlich Wechselstrom sei dafür geeignet. Und Edison empfiehlt Harold Brown, ein Exekutionssystem mit Westinghouse-Generatoren zu entwerfen. Im Mai 1889 wird ein gewisser William Kemmler wegen Mordes verurteilt. Tod durch elektrischen Schlag lautet das Urteil. Er soll der Erste sein, der auf die neue Art hingerichtet wird. Electrocution oder To Westinghouse schlägt Edison als Name für die Tötungsmethode vor. Als Westinghouse davon erfährt, engagiert er einen Star-Anwalt. Er soll öffentlich beweisen, dass es grausam und unmenschlich ist, einen Delinquenten mit Strom zu töten. Diese Hinrichtung darf nicht stattfinden. Sie würde Wechselstrom als tödlichen Strombrand marken und das Geschäft von Westinghouse schädigen. Nach 14 Monaten ist die Anhörung beendet. Alles, was Rang und Namen hat, wurde gehört. Es bleibt dabei. Ein Stromschlag von 1000 Volt soll Kemmlers Leben ein Ende bereiten. An dem Tag seiner Hinrichtung ist Kemmler ruhiger und gefasster als jeder andere im Raum. Er fordert die Wärter auf, seinen Körper sehr sorgfältig zu fixieren. Harold Brown hat einen Stuhl mit elektrischen Kontakten konstruiert. Eine Elektrode am Kopf und eine am Fuß sollen den tödlichen Strom durch Kemmlers Körper jagen. Kemmlers Hinrichtung wird zum Fiasko. 1000 Volt scheinen zu niedrig zu sein. Und keiner weiß, wie lange der Strom durch den menschlichen Körper fließen muss, um zu töten. Kemmler windet sich vor Schmerzen. Die Anwesenden werden Zeugen entsetzlicher Qualen. Seine Adern platzen, sein Fleisch verbrennt. Qualmwolken steigen über seinem Kopf auf. Entsetzt wenden sich anwesende Journalisten ab. Schließlich lassen die Ärzte abschalten. Als sie Kemmler untersuchen, stellen sie mit Erschrecken fest, dass der Delinquent immer noch lebt. Die Ärzte sind verunsichert. Noch einmal wird der Hebel umgelegt. Der Generator auf 2000 Volt gestellt. Dann ist alles zu Ende.